Bis zu 5,6% mehr Rente im Jahr 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Also ich hatte schon im November 2020 Videos zum Thema mögliche Rentenerhöhung 2022 gedreht und auch mehrere Beiträge zu diesem Thema auf Rentenbescheid24.de veröffentlicht. Nun hat die Bild-Zeitung am 17.05.2021 mitgeteilt, dass es eine große Rentenerhöhung im Jahr 2022 geben könnte und verweist da auf einen internen Bericht der Regierung. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz zur Aufklärung sorgen. Das ist kein interner Bericht, sondern der Rentenversicherungsbericht 2020, den die Bundesregierung im Jahr 2020 am Ende des Jahres 2020 veröffentlicht hat. In dem Rentenversicherungsbericht steht drin, dass unter bestimmten Voraussetzungen es im Jahr 2022 zu einer großen Rentenerhöhung kommen kann. Unter anderem deshalb, weil der Nachholfaktor, der also für die Berechnung des aktuellen Rentenwertes sehr wichtig ist, bis zum Jahr 2025 ausgesetzt wird. Da wir aber noch nicht wissen, wie sich die Lohnentwicklung im Jahr 2021 abspielt, das heißt also, bekommen wir wirklich eine Lohnerhöhung, die sich dann auch wiederum positiv auf eine Rentenerhöhung auswirken kann, ist das alles sehr, sehr spekulativ. Ich habe noch mal auf die Internetseite des Bundesamtes für Statistik geguckt und dort ist noch nichts veröffentlicht zu den Quartalszahlen, also zu den Quartalszahlen des ersten Quartals für die Lohnentwicklung im Jahr 2021. Das heißt also, wir wissen noch gar nicht, was im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum ersten Quartal 2020 sich an Änderungen in der Lohnentwicklung ergeben hat. Und selbst wenn wir es wüssten, könnten wir sozusagen auf die Zahlen des ersten Quartals nicht auf das gesamte Jahr 2021 spiegeln. Und deshalb würde ich sagen, wir sollten alle Ruhe bewahren, Ball flach halten und Ende des Jahres 2021 abwarten. Und dann wissen wir es ganz genau, ob es eine Rentenerhöhung geben wird und wir können dann vielleicht schon mal prognostizieren, ob es dann wirklich drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Prozent mehr Rente geben wird im Jahr 2022. Zu wünschen wäre es allen Rentnerinnen und Rentnern gar keine Frage. Aber eines, das kann ich Ihnen schon mit großer Gewissheit sagen, wenn es zu einer Rentenerhöhung kommen sollte, dann wird es nicht mehr die alte Bundesregierung sein, die diese Zahlen dann veröffentlicht, sondern eine neue Bundesregierung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.